So, wir sind in den Grassy Plateaus, also muss hier irgendwo der Eingang gewesen sein. Das war glaube ich weiter links von mir. Relativ nah an der Basis dran. Oder eigentlich, ich glaube, ich muss noch einmal über den Berg rüber. Zwei Stunden. Zwei Stunden in dieser Aufnahme, okay, es werden wohl ein paar mehr folgen werden. Also zwei. Zwei Stunden. So, man soll das in den Eingängen zu den Jellies finden. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Die Muräne hat es immer noch erledigt. Vielleicht ist sie auch tot. Ich kann die Muräne da drin sehen. Nicht mal die Pflanzen hier unten, dann ist dieses Geisterkraut dabei. Naja, dann werde ich es nochmal woanders suchen müssen. Nur auf. Wieso sind diese Wiki-Informationen so falsch? Die Leute spielen diese Dinger und schreiben sich so einen Scheiß auf. Aber warum finde ich den Kram dann nicht? Ich meine, es müssen noch mehrere Höhlen-Eingänge geben. Es soll ja auch eines der seltensten Pflänzchen sein in dem Spiel. Thema so. Ja so. Genau so. das ist ein anderer eingang habe ich hier vielleicht glück ach komm schon die dunes wo auch immer die sind ich meine einige von den Bären zeigen die nehmen Säurepilzen Säurepilze meistens relativ weit oben aber auch in der Höhle mit mit diesen Dropping Stingers angezeigt das ist oh man See Empires Levite im Aquarium das ist doch der Raum in dem der Eviatham rumeiermacht ja wo war die blöde Karte die Dunen das ist das wo die wo ich so viel Quarz an der Oberfläche gesehen hatte müsste Richtung St. Nabuier 3 sein und der Rettungskapsel äh wo ist die Aurora da so ungefähr in die Richtung im Westen meine Fresse so viele Floater in den Dunen gibt es ein Sinkhole in dem wohl irgendwie diese Pflanze geben soll und das hier müssen theoretisch die Dünen sein ich bin mir nicht ganz sicher aber muss auch eine der Regionen sein wo mir eventuell ein Leviathan auf den Sack geht aber damit muss ich jetzt mal eben leben ein 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 Das war's für heute. Es soll auch eventuell ein Bloodcap sein, da bin ich mir nicht sicher, aber es würde mich nicht wundern. Hallo? Das ist kein Raumteil, glaube ich. Das ist eine Eingangsrunde. Das ist ein unterirdischer Flussbereich. Das ist falsch. Das sollte nicht hier sein. Also muss ich woanders suchen gehen. Die Bezeichnung von dieser Pflanze ist portugiesische Menor. Nur halt als Pflanze... Ah, leck mich doch. Wo sind jetzt die Fische auch nicht hier rumhängen. Das ist es nicht. Okay, das ist sehr in der Höhle schon drin. Okay, ich sollte vielleicht mal auftauchen. Es sollten ursprünglich nur zwei Pflanzen existieren in dem Spiel. Oder es müssen nur zwei Bereiche in denen sie wachsen mittlerweile, sondern sie das wohl doch ein bisschen ausgeweitet haben. Die habe ich schon. Die habe ich schon. Und dann gib mir jetzt noch keinen Wasser. Und dann schlippt es, die in der Höhle schon in der Höhle schon. Und dann gehe ich schon noch einen Langsatz. Und dann habe ich schon noch einen Fischen. Hier fühlte ich mich, weil es gut verhрамmen. Hier fühlte ich mich nicht. Ja, ich glaube, es fühlte mich nicht. Und da kann die Höhle schon mal sind. Jetzt brauche ich Mal und ich schlue mich. Ich habe mich ein bisschen verfranzt, das sollte aber kein Problem sein. Ausgänge gibt es immer. Außerdem bin ich immer noch aktiv auf Pflanzensuche, also kein Stress. Trotzdem, das merkt doch schon wieder, dass diese blöde Pflanze nirgendwo zu finden ist. Und dann sind das die Dünen. Schaut nicht so aus. Ich muss mal auf die Karte gucken. Noch mal Sea Crown Weed. Da habe ich mich doch richtig verstanden. Ja, aber da ist nichts. Rettungskapsel 5 ist meine eigene, oder? Ja, muss. Im Westen ist es. Die Dünen sind im Westen. Und irgendwo in den Dunes ist ein Sinkhole. Die Frage ist, was da stehen unter dem Sinkhole? Ist das das, wo die eine Kapsel drin war? Ja? Ich vermute, ich weiß, wo das, was sie meinen ist, aber ich sehe, es ist nicht so ohne weiteres. Das Problem ist, dass man in dem Spiel ja auch keine Karte hat, auf der man sich irgendwie berufen kann. Das wird jetzt wieder runter in den Bloodcab gehen. Ja, hier ist der Bloodcab, Bloodcab Zone. Oh, ich glaube, ich weiß eventuell, wo ich bin. Mehr Richtung Kinn? Ja, hier haben wir die Eyestalks gefunden. Nein, Moment. Moment, Moment. Orientierung, wo ist die Aurora? In der Richtung, ne? Wenn ich jetzt zu viel Arschende sehe, bin ich eventuell in einem ganz kleinen Spalt Blattgelb gef... Ich bin ja fast am Arschende von der Aurora und wenn ich das jetzt richtig sehe, bin ich im Spar's Reef gelandet, nicht in den Dunes. Es gibt nämlich so ein... Dieser Abschnitt, wo unten der Bloodcab ist, es gibt zwei Bloodcab Zones. Eine davon ist richtig klein, die andere richtig groß, in der Nähe von den Mountains und befindet sich zwischen den Mountains und den Dunes und den Unterwasser-Inseln. Und ich habe, glaube ich, die, die bei den andockt an Sea-Trailer-Paths und Spar's Reef. Genau, ja, das muss es sein. Ah, das ist ein anstrengender Scheiß. Also, wenn ich hier weiterfahre... Das hier müsste immer noch die Spar's Reefs sein. Und das hier ist dieser Bloodcab Crack, der hier drinnen ist. Das ist genau der Anfang der Spalte und da oben müsste das Grassy Plateau gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das ist genau das, was ich vermute. Das heißt, links von mir ist die Dune Zone. Ja, Grassy Plateau. Ich bin ein Esel. Ich habe die ganze Zeit auf die falschen Zonen geguckt. Das heißt, in die Richtung muss ich schwimmen. Saft habe ich noch. Da ist einer von den Eingängen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der auf der Karte markiert ist. Aber das hier müsste mehr oder weniger Sinkhole sein dann. Oder wenn nicht wieder bei der Kälbszone. Ich glaube, da muss nur noch so eine Kälbszone dran. Oder? Okay, jetzt bin ich in die Seatrader Paths abgebogen. Das heißt, da muss ich hier mehr in Norden. Ich wusste, dass hier irgendwo ein Leviathan rumhängt. Er ist über mir. Und das ist nicht schlimm. Ich würde sagen, weder er noch die andere Misstraum, die mich erwischen, ist alles in Ordnung. Da war ich noch nicht drin, aber ich habe jetzt kein Interesse daran. Ich will meinen blöden Seekrohengras-Dingsbums finden. Oh, ist das nicht schön. Salz, Silber und Quarz. Oh, warte. Einmal. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo ich bin. Irgendwo ist, wie gesagt, dieses Sinkhole. Aber find das mal. Nope. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Edge ist. Oh, ich glaube, das war ein guter Punkt, gerade mich zu orientieren. Da ist noch ein Reaper, aber hier ist ein großes Loch im Boden. Au. Falsche Pflanze. Da. Endlich. Wir können ein Enzym herstellen. In Zukunft macht die Fischchen das aber bitte selber. Was ist denn ein anstrengender Lauf, ey? Mich tut steißbein weh. Ich muss noch ein bisschen wasser schlürfen. Immerhin in der Basis kann ich meine Vorräte nochmal auffüllen, kurz. Und dann auf dem Flug zurück zur Erde oder wo auch immer hin man fliegt. Ich meine zur Erde wird es wahrscheinlich nicht sein, weil die Erde ja im Orsch ist. Aber irgendwo anders hin, wo auch immer das Hauptquartier von Altera ist oder was weiß ich was, sollte kein Problem sein. Ich weiß nur nicht, ob ich die Kapsel abfeuern kann für andere Spieler. So, wir haben es fast. Fast erledigt. Nur eine Frage von Minuten. Moment. Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grundstein gehen lässt, das ist halt immer häufiger Galle in den Ekele. Da muss man immer auf was rumkauen, damit es wieder weg ist. Uah. Okay. 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 Wait, buddy. Okay. 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 So, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe so viele Videos noch, die ich einrichten muss gerade. Keine Lust gehabt die ganze Zeit. Aber es ist eh Wochenende, da guckst ich sowieso kaum irgendwann mal was an. Ich habe da aber eine Kleinigkeit vergessen, dieses Ding kann nicht über Land fahren. Leck mich doch. Leck mich doch. Ich habe zweimal die lieblichen Screenshot-Tasse gedrückt. Das ist nochmal die andere Tasse mit F11, die aber leider nicht funktioniert hat bis jetzt. Willkommen, old Captain. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Deswegen liebe ich Grappling-Holds wegen der Beschleunigungsmöglichkeiten. Skimming. Zur Not nehme ich die Fischer einfach. So, wir haben es geschafft. Das Spiel ist zu Ende. Effektiv. Ich habe einen Raum gebaut ohne jeglichen Zugang. Aber man kann ihn hinein sehen. Komm ich rauf? Komm ich rauf? Oh. Oh. Ich kann ihn krebs sogar auf der blöden Plattform. parken. Krebs, du hast mir gute Dienste geleistet. Bessere als die Motte. Die hat einfach auseinander gebrochen, sodass ich nicht mehr konnte. So, habe ich momentan Zeug, das ich wegschicken kann? Habe ich. Ich kann nicht auf die Rakete klettern. Schade. Es gibt keine Oberflächenstruktur, wo ich das in der Nähe gebaut haben könnte, wo das funktioniert hätte wahrscheinlich. Na gut. Krebs, ich lasse dich an der Tür stehen. Ich würde dich ja reinbitten, aber dafür bist du zu groß. Okay, ich nehme an, die Tür schließe ich automatisch. Das sind meine ganzen Vorräte für die Heimreise. Kein Bild. Ich kann nicht zugreifen auf die Bilder von dem Ding. Also egal. Dann muss es halt so sein. Ich würde aus dem Weg gehen, Vögelchen. 4, 3, 2, 1. Time capsule jettison. Ah, vielleicht ich gehe jemandem was. Jetzt habe ich die Platte nicht in die Fresse gekriegt, aber mein Name ist das Schild da. Was ist die Aurora da sein? Und das ist zwei Inseln. Wobei, dann müssen wir den Planeten nicht einmal umrundet haben. da haben wir den ice-continent A beginning without an end They are different But they go together Now you go among the stars And I fall among the sand We are different But we go together Subnautica So Oh man Ich brauche jetzt nicht nochmal die Mitwirkenden zu sehen Das kann man sich alle schön angucken Aber da habe ich jetzt keine Lust zu Also sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Let's Play Tschüss und Tüdelü Tschüss Tschüss Tschüss